Ja, ja. 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 Old? Mittelalter. Was ist alt? Ja. Bin ich's? Nein. Ja, bin ich's? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Nein. 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 Danke. Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Glaub ich schon. Ja. Bin ich momentan bei Sturm angestellt? Ja. Kann man so sagen. Bin ich Teil der Geschäftsstelle? Nein. Kann ich nicht sagen. Jawohl. Nein. Naja, jetzt habe ich dich auch. Nein. Habe sie alle. Ist ja gut. Kommen wir aus. Bin ich ein Mantel? Kann sein. Ja oder nicht? Nein. Ja. Nein. Nicht so gut, nein. Bin ich ein Fußballer? Nein. 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 Wie ist das anders? Wie schaut ihr noch an? Ja. Also ich bin angestellt da. Und das nicht in der Geschäftsstelle, sondern ich bewege mich im Umfeld der Profis. Ja. Bin ich ein aktiver Spieler? Ja. Bin ich ein aktiver Spieler? Ja. 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 Es wird gleich. Ja. Jetzt wird es leicht. Ja. Jetzt kommen noch mehr alle dreißen. Ja. Ich bin auch tief in Spinnung. Finde ich. Verteidiger? Ja. 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 Auch. Ja. 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 Arbeite ich da? In der Geschäftsstelle oben? Immer wieder einmal. Entschuldigung. Doch. Kommt vor. Bin ich, wenn ich oben im Büro ein gehe, gehe ich vorne mache? Was? Bin ich gehe vorne, was die Leute empfängt? Ja. Nein. 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 Nein, das ist ja. Arbeite ich. Sputler? Ja. Auch. Er ist ein Fußballer. Ja. Na ja. Verteidiger, du sagst ja! Ja. Ja. Momentan halt. Nicht mehr aktiv? Ja, genau. So würde ich das sagen. Ok. Du bist ein Eckspieler. Es war kein Jahr nach. Warte weiter. Bin ich ein Eckspieler? Ja. Vom Verein? Äh, aus der... vom... 98er. Von der 98er-Matte. Ja. War der 98? Ich weiß auch nicht, was ich ehrlich schütteln wollen. Nein. Nein. Ähm. Darf ich schon mal ins Einde schießen? Sicher. Die Bockgäm, ja. Sicher. Bin ich der Rudi Stankowitsch? Nein. Nein. Und ich, also, ich arbeite auch in der Geschäftsstelle und bin weiblich. Nein. Hab's ja gesagt. Was haben wir? Warte. Hat er gefragt? Nein. Ich hab gesagt, ich arbeite auch in der Geschäftsstelle. Ich hab's ja gesagt. Nein, nein. Ich hab mir gesagt, du hast gefragt, ob du zwischendurch in der Geschäftsstelle bist. Ja, genau. Nein, nein, nein. Ja, da bin ich halt. Das willst du eh. Ja. 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 Es war schon nein. Es war kein nein. Es war kein nein. Ja. Du hast es gerade ja gesagt. Davor. Was hast du denn davor gefragt? Ich hab gesagt, arbeite bei der Geschäftsstelle und mir das gerade ja gesagt. Es war kein nein. Ja, was mache ich? Warte mal. Könnte nur sein. Bin ich Reinigungskraft? Nein. 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 Oh Gott. Ähm. Bleibt der noch? Der Spieler? Der doch. Also ich hätte nichts Gegenteiliges gehört. Ja. 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 Schön sein. Ja. Aber ich bin ja mal dran, oder? Oder habe ich gesagt… Wurdest du erlebten, oder? Ja. 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 Arbeite jetzt in der Geschäftsstelle? Nein. Wir sind nicht bei uns. Hört sich? Kannst du mich noch machen? Warte, ich warte, ich warte. Ach komm, okay. Ja was? Kannst du mich noch machen? Jeden Tag. Ja, das verstehe ich mir. Wie ist das denn? Ich bin ja drauf gekommen. Jawohl, ich kenne da was. Mein Name ist Nikas Geyerhoffmann. Nein. Genau. Wo ist denn der geboren? Kenne ich mich gut mit der Ernährung aus? Das hast du ja schon gesagt. Ja. Ja. Na ja. Komme ich da hinter der Back? Sonst komm ich da immer rauf. Oh ja. Nein, das geht nicht rauf. Nein. Das sieht gut aus. Nein. 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 Wie gibt es das nicht? Nein, das ist schon wieder du. Echt? Nein. Nun musst du noch bitte. Also, das ging nicht nur das. Das würde ich mir am ehesten beschreiben. Das ist okay. Das hat er gemacht. Ja, aber warum? Ja, das war. Ja. Das ist schon nah. Das ist schon nah. Ja, du bist. Ja. Wer war nie jetzt alles? Ich bin kein Österreicher, habe ich es gesagt, gell? Ja. Geboren. Nein, das haben wir ja geboren. Nein, das haben wir ja nicht gesagt. Das haben wir ja nicht gesagt. Josef Gassi Pogacic. Bravo, Herrlich. Du Großer. Was hast du aber getan? Ah! Was sind die Hohen da unten? Und eine Birne. Gatzi. Gatzi. Ja? Wenn ich was zeigen hätte müssen, hätte ich es schon getan. Was geht? Führt euch. Was? Soll ich noch helfen? Ein bisschen. Ja, das hat's schon gedreht. Also, ich kenne mich gut mit der Ernährung aus, aber man esse keine Sturm. Ja, dann kann man ja eigentlich nur die Jasmin sein, oder? Nein. Ich weiß nicht, was sie sonst gut mit Ernährung auskennen. Haben wir gesagt, dass du ein Weihwald bist? Ja, also ich hab's das ganz am Anfang gesagt. Ja, das habe ich auch. Ja, warte. Definitiv möglich. Giuseppe Giannini. Was? Was ist denn alles schmurig? Die Kackel. Du kannst schon aufgießen, so warm ist man. Keinen Plan. Der Küsch soll dann einmal nachmachen, bitte. Warum er? Ich bin ja Frau. Der Küsch ist über ihre halt einmal nach. Ja, für alle. Nein, ich hab schon einen nachgemacht. Ja. Stimmt. Und jetzt bist du wieder. Mach nach. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich frage einmal anders. Ich frage einmal anders. Hast du gesagt, ja ich bin ein Aurler und in der Geschäftsstelle. Und jetzt auf einmal drast du alles runter. Nein, wir haben nicht gesagt, du arbeitest in der Geschäftsstelle. Du bist ja ab und zu in der Geschäftsstelle. Nein, das werden wir nachher rückverfolgen. Oder? So war's doch. Videobeweis. Wow, werden wir da anrufen. Kein Plan, sagst du, das ist weiblich. Aber ich bin jetzt kein Sturm. Ich bin nicht immer da. Ja, das ist wirklich verwirrend. Bin ich vielleicht ein Tier? Ja, wenn der Fokk sitzt, die bericht. Ja? Ja, ja. Das bin ich eine Frau und das ist ein Tier. Da gibt es keine weiblichen Tiere, gell? Bin ich vielleicht eine Honigdachse? Ja. Jetzt hat es geschnöpft, Alter. Mit den Hosen. Ich habe es mir auch geschnöpft, Alter. Ich habe mir gedacht, ich bin die Ohlerns. Ja. Ja. Das ist ein schmaler Katertier, ich meine. Nimmst du jetzt dir oder nimmst du das Vieh? Was? 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 Ist das der Obe Hölzl oder ist das der echte Honigbergs? Ist das der echte Honigbergs? Das habe ich noch nie gesehen, das ist der echte Honigbergs. Ah, ich auch nicht. Aber der Obe ist öfter. Ja, eben. Kann man da nicht einmal ein Blödsinn bezahlen?